Aktien-Sparplan, jeden Monat Dividende, Update 74, bedeutet also schon 74 Monate läuft mein Aktien-Sparplan, jeden Monat Dividende und zwar ist das jetzt das Update für April 2024. Ja, beginnen wir direkt mit den Einnahmen der Dividenden. Was habe ich in April erhalten? Wir sehen auch schon hier eine Grafik, die ich vorbereitet habe. Von Cisco Systems habe ich 15,60 Euro erhalten. Von Walmart habe ich 9,36 Euro bekommen. Altria Group hat mir 38,65 Euro ausgeschüttet. Das sind alles schon Netto-Beträge, also die Steuern wurden hier schon abgezogen. Ja, dann PepsiCo hat mir 16,18 Euro überwiesen. Realty Income, der Monatszahler, ist mittlerweile bei 8,70 Euro schon. Toronto Dominion Bank aus Kanada, hier habe ich auch eine kleine Position im Depot. Die habe ich ja damals, glaube ich, im Jahr 2019, 2020, glaube ich, mal mit den erhaltenen Dividenden mal gespart. Ist eine etwas kleinere Position, da habe ich ja gewechselt zu Realty Income. Deswegen sind hier, glaube ich, 300 oder 400 Euro in Toronto Dominion Bank eingezahlt worden. Also quasi, sind es hier 3,27 Euro. Dann Coca-Cola hatten wir auch noch 16,75 Euro ausgeschüttet. Und insgesamt gab es dann 108,51 Euro. Das ist eine Steigerung zum April 2023 von 19%. Ja, hier ist ein kleiner Überblick, wo steht das Depot aktuell. Wie ich nehme das Video ja jetzt im Mai auf, für den April quasi, weil ich halt die Dividenden jetzt alle zusammen addieren konnte. So, Gesamtdepotwert aktuell im Mai 48,500 Euro. Der Kursgewinn liegt derzeit zwischen 10,500 Euro. Die Dividenden insgesamt gab es jetzt schon 3,150 Euro. Und diese 3,150 Euro, die wurden, wie eben schon gesagt, zum Beispiel in Toronto Dominion Bank, jetzt in ungefähr 300 Euro investiert, dann in Realty Income hat einen Teil gekriegt. Dann hat jetzt auch 3M oder halt Faszenal bekommen jetzt. Das sind dann wirklich Aktien, die ich ausschließlich über Dividenden finanziere. Also 3M und Faszenal aktuell. Ja, insgesamt gab es oder steht das Depot oder die Rendite liegt aktuell bei 39,40% plus. Also wenn man die Dividenden und die Kursgewinne addiert. Ja, jetzt können wir einmal kurz uns ins Depot einloggen. So, da sind wir eingeloggt ins Depot. Und zwar sehen wir, ich mache es mal ein bisschen größer. So. Noch ein bisschen größer machen. So, dann sehen wir es auch besser. Und zwar, Microsoft liegt aktuell oder immer noch auf Platz 1, ist ja jetzt seit ungefähr so 4 Monaten, hat ja Apple verdrängt. Mit einer Performance von knapp 137, 136%. Ja, das macht Kursgewinn von fast 3.000 Euro. Investiert habe ich hier etwa 2.150 Euro. So, dann haben wir Apple auf Platz 2 mit 28 Aktien drin. Da sind eine Performance oder hat eine Performance von 128%, also knapp hinter Microsoft. Dann weit abgeschlagen. Da sind nämlich die zwei besten Werte aktuell in meinem Aktien-Sparplan-Depot, Microsoft und Apple. Danach kommt Walmart mit 51% plus. Dann Procter & Gamble hat auch wieder ordentlich zugelegt. Liegt hier bei 41% plus. Texas Instruments hat sich wieder hochgearbeitet, 38% im Plus. So, dann scroll ich noch ein bisschen weiter runter. Dann haben wir hier PepsiCo 30%, McDonalds bei 28% im Plus. IBM hier bei 40%, also man sieht auch hier, oder nennen wir Coca-Cola hier, plus 22%. Hier sehen wir hier auch ein Kursgewinn über den ersten Schöpfer in den letzten Jahren. Macht hier 485 Euro, nur Kursgewinne. Und dazu kamen ja auch nochmal ordentliche Dividenden. Also jetzt Coca-Cola hat mir jetzt im letzten Jahr circa, was war das denn, ungefähr um die 60 Euro an Dividenden ausgeschüttet. Das war nur im letzten Jahr, das Jahr davor wahrscheinlich auch so um die 50 Euro und so weiter. Also auch schon einen ordentlichen Batzen. Also man kann hier sagen, wahrscheinlich so um die 200 Euro haben die mir schon an Dividenden ausgeschüttet, Coca-Cola. Kursgewinnig bei 485, also die Hälfte. Nochmal drauf, gibt halt Dividenden nochmal. Also schonmal ordentlich so. Realty Income liegt aktuell im Minus bei mir mit 11%. Dann Unilever knapp im Plus, 3%. Das ist auch eher selten. Unilever ist ja eigentlich in den letzten Jahren eher im Minus gewesen. Aktuell leichtes Plus, 3,5%. Dann Johnson & Johnson, 3% Air-Produkt. Das ist ja ein neuer Wert bei mir, den ich ja getauscht habe gegen AT&T schon vor einigen Monaten. Und der liegt aktuell im Plus, 9,8%. Dann die Altair Group, 1% im Minus. Starbucks ist ja aktuell so, sagen wir mal, an der Börse das Sorgenkind. Und bei mir hier mit minus 5%. Diese Phase hatten wir schon mal gehabt. Ich muss mir überlegen, wann hatten wir das mit Starbucks? Ich glaube 2019. Da rutscht es auch extrem weit ab. Und da habe ich auch viele Nachrichten bekommen, wieso ich die überhaupt noch drin habe, wieso ich die nicht verkaufe. Also ich bin von Starbucks überzeugt, die haben eine sehr starke Marke. Die haben Kapital, oder die haben Kapital, sondern die haben quasi seine Bank dahinter. Also man kann Geld einzahlen, man mit der Karte kann es über Starbucks dann kaufen. Und dieses Geld wird halt in Starbucks halt intern. Also ja, die Leute bekommen gar keine Zinsen, aber Starbucks kann mit diesem Geld quasi arbeiten. Das ist also auch eine feine Sache. Und die haben natürlich auch Top-Lagen Starbucks. Also egal, wo du hingehst, Starbucks ist eigentlich so gut wie immer an einer guten Position wie McDonalds. Und zudem auch eigentlich immer relativ voll Starbucks. Also da mache ich mir wenig Sorgen über Starbucks. Und habe dementsprechend auch in meinem Langfristdepot, also wo ich Einzelkäufe tätige, auf Starbucks in den letzten, ich weiß nicht mal, vor drei Wochen oder so, habe ich auch nachgekauft. Und beim Aktien-Stockland-Depot bleibt es natürlich weiterhin drin. Wird weiterhin bespart und ich denke mal in den nächsten Jahren wird sich das auch wieder, wird wieder der Kurs nach oben gehen. Das hatten wir wie gesagt schon 2019 oder 2020, ich weiß nicht genau. Da ging es auch bergab und dann später wieder berghoch und dann haben wir wieder alle eingekauft. Und ja, also Starbucks, wie gesagt, bleibt weiterhin drin. Dafür habe ich ja den Aktien-Stockland, dass ich auch in schlechten Zeiten ordentlich nachkaufen kann. Nicht nur in guten Zeiten, weil ich will ja günstig einkaufen und nicht teuer. Deswegen Starbucks, optimal aktuell, kann man gut nachkaufen im Aktien-Stockland-Stockland. So, Fastener, das ist ein Wert, den ich ausschließlich nur über Dividenden finanziert habe. Also man sieht hier die 1.100 Euro, das ist quasi nur Dividenden gewesen. Ist ein Plus, 22%. 3M ist auch nur über Dividenden finanziert worden. Hier sind 1.200 Euro an Dividenden reingekommen, die ich investiert habe. Hier bin ich noch im Minus 16% und dann sehen wir auch hier die Dominion Bank, hier mit knapp Plus-Minus 0, also Minus 0,3%. So, ja insgesamt liegt aktuell das Depot bei 49.000 jetzt schon. So, wir können uns nochmal die Auswertung anschauen. Ich scrolle mal hoch. So, die Auswertungen. So, und zwar sind das die letzten zwölf Monate. Man sieht also mal Minus, mal auch Plus. Und insgesamt in den letzten zwölf Monaten liegt der Gewinn bei 3.300 Euro. Davon sind Kursgewinne 2.200, also nicht realisierte Gewinne und die ich wirklich gewinne, quasi verbuchen kann. Das sind die Ausstürungen, also die Dividenden. Das waren jetzt die 1.100 Euro, die ich wirklich in meiner Tasche dann auch spüren konnte. Die wiederum ich wieder in Fasten und Ram investiert habe. Also es ist ein schönes, ja ein schöner Schneeball eigentlich. Man kann sehen, man bekommt die Dividenden und diese Dividenden bekommen wieder kleine Dividenden, die wiederum auch wieder Dividenden erzeugen. Das ist also bei mir umfassender Unterheim, das ist ausschließlich nicht mein Kapital, sondern das ist das Kapital, was ich erhalten habe. Das habe ich wieder angelegt und dann bekomme ich wieder Dividenden. Also das ist ein sehr schöner Zinssitzeneffekt oder halt Schneeball, der mal immer größer wird. Und der kommt zum Rollen und aktuell liege ich ja bei 100 Euro an Dividenden und das wird natürlich Monat für Monat dann immer mehr. Das ist immer sehr schön anzusehen, was man so mit 400 Euro monatlich eigentlich auch bewirken kann oder schaffen kann. Also mit relativ, ich sag mal, weniger Kapital kann man es doch auf Jahre gesehen mit Geduld und Fleiß dann doch schon ein kleines Depot sich aufbauen mit einer kleinen Ausschüttung, die dann auch immer größer wird. Wie gesagt, Schneeball, wenn er jetzt mal ins Rollen kommt, dann ist er nicht mehr aufzuhalten. So, was haben wir denn hier noch? Ach so, eigentlich, ja, das sind die, die mir am meisten ausgeschüttet haben. Hier, Realty Income, sieht man hier, 113 Euro, Altria Group, 134 Euro, IBM und früher auch noch RT&T war ja auch noch dabei, die, wie ich gesagt habe, ausgetauscht habe. Vom Kurs her ist Microsoft natürlich enorm gewesen in den letzten fünf Monaten. IBM hat richtig gut zugelegt, Walmart, Access Instruments, die schlechten hier, Starbucks, Johnson & Johnson, McDonalds und so weiter. Ja, das waren jetzt die Werte, so, also man sieht hier nochmal, schön, 108 Euro, ich glaube sogar, das war jetzt meine höchste Einnahme, die ich im Aktienstopplan bekommen habe, glaube ich, jetzt in April 2024. So, ja, dann war es das auch schon. Ich bedanke mich, danke fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.